Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man einen Kaminofen einbaut und somit natürlich auch das Rauchrohr nachträglich an unseren Holzofen richtig anschließen kann. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Mein Holzofen steht schon an der richtigen Stelle und in einem extra Video habe ich auch schon gezeigt, wie man so ein Wandfutter richtig in den Schornstein einbauen kann. Jetzt geht es natürlich noch darum, dass wir eine Verbindung zwischen diesen zwei Bauteilen mal noch fachgerecht herstellen. Wie in dem Video zu dem Wandfutter ist es jetzt auch wieder wichtig, dass wir das Ganze natürlich zuvor mit unserem zuständigen Schornsteinfeger abklären. Nicht, dass wir am Ende dann irgendwie zum Beispiel ein Rauchrohr zu nah bei einem brembaren Türrahmen oder zum Beispiel bei einer Holzdecke haben und danach das Ganze einfach nicht abgenommen werden kann und wir natürlich die Rauchrohr wieder abändern müssen. Bei mir ist aber alles abgeklärt, weswegen wir auch mal vom Holzofen aus anfangen können. So ein Rauchrohr hat immer zwei verschiedene Seiten. Zum einen mal die normale Seite, da haben wir den normalen Durchmesser von unserem Rohr und auf der anderen Seite, da ist das Ganze etwas kleiner gemacht. Bedeutet, das ist die eingezogene Seite. Das Einzige, worauf wir jetzt achten müssen, ist, dass die normale Seite beim Holzofen beginnt und die eingezogene Seite schaut dann dementsprechend natürlich immer zu unserem Schornstein. Eine spezielle Abdichtung zwischen unseren beiden Rohren benötigen wir normalerweise nicht, da das Ganze einfach aufeinander aufgesteckt wird und dann doch relativ lückenlos ausschauen sollte. Außerdem, wenn wir unseren Holzofen anmachen, dann entsteht ein starker Kaminzug, bedeutet einfach, der Rauch wird automatisch in den Schornstein hineingezogen, ins Freie raus und dann kann da natürlich auch auf gar keinen Fall irgendwie Rauch zurück in die Wohnung bzw. in das Haus gehen. Außer der Schornstein wäre zum Beispiel komplett dicht, doch dafür haben wir natürlich auch unseren Schornsteinfeger, der das regelmäßig kontrolliert. Ich persönlich würde trotzdem mal noch optisch hier nachschauen, nicht, dass doch irgendwo ein relativ großer Spalt ist, denn dann könnten wir diesen mit zum Beispiel Hochtemperatursilikon oder auch mit einer speziellen Dichtschuhe noch abdichten. Das erste Rohrstück sitzt somit auch schon richtig, weswegen wir mal ein zweites Rohrstück bzw. auch einen Bogen aufbringen können. Wie gesagt, es ist wichtig, dass wir hier unten wirklich schön abschließen und nicht irgendwie das Ganze verkantet ist. Und außerdem würde ich dir noch empfehlen, dass du mindestens eine Reinigungsöffnung bei deiner Rauchrohren hast. Denn in einem extra Video habe ich auch schon mal gezeigt, wie man natürlich diese Rohre einfach einmal im Jahr zum Beispiel von Ruß von innen befreien kann. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir unsere Rohrleitung zwischen Holzofen und Schornstein so kurz wie möglich halten. Falls du jetzt aber doch ein etwas längeres Stück waagerecht verlegen müsstest, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das Ganze mal mit einer Rohrhalterung noch an einer Wand zu befestigen. Und außerdem sollten wir darauf achten, dass diese Rohrleitung dann auch leicht Richtung Schornstein ansteigt. Experten sagen, dass man pro Meter circa zwei Zentimeter nach oben gehen sollte. Falls du deine Rohrleitung übrigens kürzen müsstest, dann am besten einfach mal außenrum das Ganze anzeichnen. Und dann kannst du nämlich auch schon mit einem Winkelschleifer natürlich deine Rohrleitung hier einfach einmal durchschneiden. Wenn wir das haben, dann am besten mal noch mit einer runden Pfeile das Innere und vor allem auch das Äußere etwas entgraten. Und die entgratete Stelle am Ende dann auch nochmal mit einem speziellen Spray nachlackieren, dass hier natürlich auf gar keinen Fall irgendwas rosten könnte. Bei mir sollten meine Rohrstücke aber passen, weswegen ich das letzte Stück auch mal aufsetzen kann. Doch ich glaube, du kannst relativ gut sehen, dass ich hier einfach nicht weiterkomme, da natürlich mein Rohr jetzt auch schon an der Wand anstößt. Deswegen wäre es natürlich super, wenn ich jetzt meinen Ofen noch etwas zurückrutschen könnte, das Rohrstück aufsetze und danach meinen Ofen mit dem entsprechenden Rohrstück wieder hinschiebe. So, dass wir natürlich auch in unser Wandfutter hier vorne reinkommen. Hierfür am besten mal spezielle Matten bzw. auch einen Pappkarton unter den Ofen geben, sodass wir unsere Glasscheibe natürlich auch nicht verkratzen. Und dann können wir diesen nämlich auch mal leicht auf die Seite schieben. Dann unser Rohrstück einfach mal wieder auf das entsprechende Rauchrohr richtig drauf geben. Ich drehe mir in meinem Fall die Bögen natürlich auch noch richtig zu, dass ich hier vorne auch schön in mein Wandfutter danach reinkomme. Gebe unbedingt noch mal eine Verblendung vorne drauf. Das ist so der klassische Fehler, über den man sich danach auf jeden Fall ärgert. Und dann schiebe ich meinen Holzofen mal wieder Stück für Stück näher an unser Wandfutter ran. Das Ganze geht übrigens natürlich auch wieder zu zweit deutlich leichter, doch ich muss es hier natürlich jetzt mal alleine auch schaffen. Der Holzofen ist somit auch schon richtig angeschlossen und jetzt bitte als nächstes einfach noch dem Schornsteinfeger kurz Bescheid geben, dass er natürlich auch vorbeikommt, das Ganze noch überprüft bzw. abnimmt und dann können wir normalerweise auch schon unsere Feuerstelle richtig anheizen. Und somit haben wir so einen Kaminofen jetzt auch schon richtig angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens ein Holzofen, Rauchrohre und Bögen in den verschiedensten Größen oder natürlich auch ein Hochtemperatursilikon zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.